Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Crusader No Remorse in... Ich würde sagen, wir holen uns mal unseren nächsten Auftrag. Guten Tag. Dann sag mal an, Chef. Good work on that last mission, Captain. Danke. Maybe General Maxis is right about you after all. Selbstverständlich. Here's the latest situation. The WEC has several resistance-sympathetic cities locked down tight. Starving civilians along with the rebels. Thousands of people in Geneva alone will starve if our next food shipping doesn't get through. And the public still thinks we're shipping in weapons. Newscasters. They blindly report whatever the government tells them as if they were fact. We need to get the food past the WEC blockade. You are to sabotage one of their monitoring stations. Andrews will be acting as your insertion reconnaissance man again. Once you're inside, you are to locate and destroy the central communications array before our convoy starts to roll in. Consult your data link for help locating the receiving array. Once you've placed the blast pack, Corporal Reeves will contact you with extraction coordinates. Dismissed. Okay. Sounds easy enough. Gut. Schauen wir mal. Lalalala. Auf zur nächsten. Na, komm rein hier. So. Salenser. Na komm. Dankeschön. Da. Oh. Hier ist mal Ruhe. Womit schieße ich denn? Ah, mit der Maschinengang. Das ist gut. Liegt da was, sag mal? Da liegt doch was. Das sehe ich doch. Haha. Nicht, dass wir es brauchen. Aber gut. Das ist hier. Können wir da rauf? Können wir nicht. Okay. Gut, dann gucken wir uns mal um hier. So. Hier ist soweit nichts. Da ist doch bestimmt irgendwo eine Bodenplatte. Na ja. Oh. Ach, diese Kamera ist in den Ecken. Die mag ich nicht. So. Euch hören wir los. Ah. Noch mehr. Sehr gut. Haben wir hier. Okay. Medkit. Da haben wir einen Schalter. Was machst du? Irgendeine Barriere weg. Aha. Slip. Hm. Hm. Es sieht doch glatt so aus, als würde hier mal irgendeine Brücke rüber gehen. Okay. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ah. Toll. Ah, da. Mistding. Ja. Code Red. Hm. Ja. Lass mich mal raus. Hier schalten wir jetzt mal den Code Red aus. So. Genau. Stirb. Wie konnte man nochmal durch die Waffen... Äh. So. Nehmen wir erstmal die genug Muni. Haben wir ja. Können wir das Ding jetzt nochmal bedienen? Ne. Okay. Wir sind immer noch zu, die Tür. Das ist ja äußerst doof. Hm. Ja, dann müssen wir da wohl von oben rein. Geht ja nicht anders. Ne? Ha. Das ist natürlich auch gut. Weil hier haben wir eine Truhe. Mit Sachen, die wir nicht brauchen. Einen Schalter. Ne, komm. Silencer. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh. Können wir auch so. Was macht das Ding hier? Wahrscheinlich auch die Türen auf, oder? Jo. So, da ist wieder so ein blödes... Ups. Lichtschranken. Ne. Komm mal. So. Wie habe ich dich denn nicht gesehen? Das ist ja... So, haben wir schon wieder einen Schalter? Oh Gott. Stirb. Du stirb auch. Oh. Das ist ja praktisch. Achso. Achso, ich dachte, du wirst jetzt runtergefahren, ne? Das... Äh, 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 da, da, da. Stirb. Stirb. Warum trenne ich die nicht? Warum trenne ich dich so? Aha. Na, also. Okay, also hier haben wir eine Menge Keycards, die wir brauchen, die wir alle nicht haben. Aber, was macht das hier? Okay, das hat irgendwas gemacht. Ich höre eine Kamera. Das gefällt mir nicht. Hm, gucken wir mal. Äh. Witzig. Witzig. Ne. Äh, okay, okay, okay. Also, das Ding ist zu. Das ist ja... ungünstig. Hm. Komm, bringt das irgendwas? Wollen wir das hier kaputt machen? Wollen wir das mal treffen würden? Ja. Keine Ahnung. Okay. Hallo. Aha. Also, ich bin ziemlich gut darin, die Türen zuzumachen. Ich würde es immer ganz ehrlich aufmachen. So, was soll man... Ah. Oh, jetzt dich. Komm, kommt. Okay, kaputt. Na, komm. Okay, da ist noch jemand. Nicht getroffen. Jetzt bin ich authorised. Ah, Kamera. Stirb. Aha, aha, wird es sein. Hier ist ja auf eine Menge Sachen zu achten. Ja, Affet. Aha, jetzt laufen da unten wieder welche rum. Geht kaputt. Geht kaputt. Mhm. Können wir dich treffen? Nee, natürlich nicht. Hm. Okay, also da geht es ja bestimmt weiter. Das hat er bestimmt... Da ist er bestimmt. Das ist ja auch praktisch. So, fall mal runter da. So. Grüß. So, und jetzt machen wir dich mal... Brauchen wir gar nicht. Okay, doppelt hält besser, würde ich sagen. Hm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal das hier. Das macht doch bestimmt das aus. Richtig. Richtig. So, dann das macht bestimmt das da hinten aus. Ich hoffe. Und was macht das? Das wissen wir nicht. Klang so ein bisschen nach einem Conveyor-Belt. Das könnte ja sein, dass wir jetzt hier drauf können. Ja, das ist soweit korrekt. Ja, ja. Mach ich gleich. Ähm. So. Jetzt ergebe ich mich. Okay, willst du mich nicht mehr gefangen nehmen? Okay. Hm. Da ist schon mal ne Keycard. Das ist gut. Ähm. Hm. Noch ne... Zwei rote Keycards. Was soll das denn? Okay, das hat auch wieder irgendwas gemacht. Das hat irgendein, äh, Dampfzeug ausgeschaltet, was auch gut ist. Achso, jetzt haben wir den Conveyor-Belt ausgeschaltet, dass wir in diese Richtung rüber können. Richtig? Nee. Wird sich einfach nur gedreht. Naja, gut. So, so. Oh. So. Oh. Oh, oh, oh. Wo kommst du denn her? Komm her. Komm. Oh, 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 oh. Okay. Hm. Also, so richtig guten Überblick haben wir hier noch nicht. Also, hier ist nur... Oh, da ist ne Kamera. Nee. Die tragen... Oh, doch. Die können wir von hier treffen. Okay. Hä? Ja. Ha. Okay. So, da haben wir... Oh, da liegt was rum. Was liegt da denn rum? Was ist das denn? Also, das ist eigentlich eine Energiezelle. Okay. Und das? Ionic Generator. Aha. Ich glaube, das ist so ein Schild oder so, ne? Ich weiß es nicht genau. Ach, hier ist noch eine Truhe. Noch mehr Medikits. Da kommen wir nicht durch. Die Tür ist zu. Das ist einmal wieder unbefriedigend. War ja nicht noch irgendwo ein Schalter. Ähm. Da. So, jetzt ist die Tür ja wohl hoffentlich offen. Wir sind nicht. Kommen wir da ran? Nee. Hm. Hm, 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 hm. Kommen wir da irgendwie durch? Nee, ne? Oh Mann. Kann ja nicht sein. Nach fünf Minuten schon verlaufen. Das ist aber kein gutes Zeichen. Das Ding vielleicht ausschalten? Nee. Wir will ja raus. Äh. Äh. Komm mal. Nee, komm mal. Ach so, ich hätte hier hinten ja runterspringen können, ne? Richtig? Richtig. Äh. Ja. So. Jetzt haben wir ja auch eine Keycard für hier. Äh. Hier kommen wir noch ohne Keycard weiter. Da wollen wir hier erstmal noch gucken. Nee, komm mal. Guten Tag, die Herren. Sie sind entlassen. Sie auch. Und. Sie auch. So, nehmen wir ihnen noch. Äh. Ihnen noch das Geld ab. Hä? Hä? Was ist denn? Okay. Da kommen wir nicht durch. Hm. Ist das gut? Okay, wollen wir das? Das wollen wir nicht. Hier. Vielleicht hinter. Oh ja. Bringt uns das irgendwas? Ja. Theoretisch. Nee. Nee. Oh komm, Zahnlenzer, das geht, oder? Hä? Geht nicht. Hm. Na gut. Hm. So, können wir uns jetzt hier drunter durchrollen eigentlich? Können wir nicht. Okay, ich geb's auf. Da kommen wir noch nicht hin. Aber hier können wir ja noch weiter. Okay. Ja, bevor ich jetzt die dritte rote Keycard einsammle, würde ich sagen, benutze ich erstmal eine. Oh wohl, hier können wir noch hin. Obwohl, hier können wir noch hin. Lalalala. Der Teleporter ist aus. So, also ein Conveyor belt, der direkt auf eine Wand führt. Also, das wäre doch... Hier ist doch was. Aha. Wollte es jetzt gerade sprengen, aber so geht auch. Zahnlenzer, was machst du da? Okay, eine Menge Clips. Deadpacks brauchen wir nicht. Madpacks brauchen wir nicht. Haftminen. Äh, Landminen. Energiezelle können wir brauchen. Auf jeden Fall merken wir uns, dass wir hier noch zur Not Deadpacks und Madpacks einsammeln können. Aha. Das war jetzt der Sinn nicht klar, aber... So. Ach! Nur weil ich in den verdammten Secret Room gegangen bin, du blöde Spiel. Krieg nur Geld. Ah, guten Tag. Bitte sterben. Hier kommen wir nicht durch. Nee. Ist zu hoch zum drüber springen. Was macht das? Das macht die Türen raus. Richtig. Ah, ja. Echt keine Erinnerung mehr. Also, das ist für mich jetzt quasi auch... ...neu. Also, wieder neu. Das ist das Schöne, wenn das schon so lange her ist. Ähm. Könnte es ja schon fast Blind nennen. Ähm. Aber nee. Ich wollte erst zu den anderen Keycards hier. ... ... ... ... ... ... ... Ja, natürlich. So. Uh. Ah. Ja, ja. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Geh kaputt, Mensch. Gut. Achso, jetzt wollen wir vielleicht mal den Alarm aus, Silencer, wa? Wie wär das? Ja, ja, ja. So, du, 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 du. So. Oh, finde ich gut, dass man den Alarm auslöst und auch selber wieder ausschalten kann. Das ist ein sehr gut durchdachtes Sicherheitssystem, finde ich. Da haben wir jetzt noch eine Wache. Ist hier noch irgendwas? Ach, die stirbt ja wahrscheinlich sowieso durch die. Ja, ha. Gute Frage. Ist hier noch was? Und wer jetzt hier nur hängt... Wieso liegt diese Tonne da? So. Ist hier noch was? Nee, offensichtlich nicht. Ja, jetzt bist du ja endlich tot. Mein Gott. Oh, da ist eine Truhe. Mit Clips. Da ist ein Convair Belt, der uns nix bringt. Gut. Aha, da sind diese blöden Dinger im Boden, wo man nur rüber gehen darf. Da ist eine Kamera. Oh, oh. Ah. Mensch. Na ja, wir haben ja noch unseren Nachfüllraum da. Zumindest was Madpacks angeht. Oh, da liegen ja auch welche rum. Das ist ja sehr fair. Jetzt sollte ich auch einfach mal eine Wumme mit ein bisschen mehr Bums bemühen. Äh, ist vielleicht gar nicht schlecht. So, hier sind schon wieder 1000 Drehräder und 12.000 Schalter. Mhm. Gar nix gemacht. Ah, uuuh. Aha. Das sieht doch gut aus. Äh, Clips. Und. Madpacks. So, jetzt haben wir hier noch. Schön. Macht nicht mal ein Geräusch. Machst du jetzt was. Auch nicht. Hm. Da muss ich doch noch weiterkommen. Das sieht doch so aus wie so eine Wand, die... Nicht? Hm. Probieren wir mal. Wir haben ja, ähm... unseren Bums-Macher hier. So. Nee. Gut. Nee. Silencer. Hier. Ausgang. So. Dü, 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 dü. Okay. Hier können wir drunter durch. Theoretisch, oder? Können wir nicht. Müssen wir... Da können wir auch nicht durch. Hm. Das Ding jetzt einschalten. Okay. Hm. Keine Ahnung. Also, komm. Na gut. Gehen wir erstmal wieder zurück. Ah! Ach ja, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja, ja. Das... Das... Ja, ja. Komm, da war ich nur weit genug von wegspiel, ja? Und nicht so kleinlich sein. Nein. Come on, Silencer. So. Blaue Keycard habe ich noch nicht, ne? Ja, ja. Nicht Insellet. Ich habe gar keine. Es sei denn, ich habe die zweite Rote versucht reinzustecken. Was ziemlich blöd gewesen wäre. Ähm. Hier ging es weiter, ne? Ah. 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 Oh. Ne? Komm ich ran? Ne. Okay. Ich habe da keinen Bock, jetzt hinzulaufen. Okay. Neue Keycard. Ähm. Achso. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir da denn durch? Aber. Schauen wir mal. Ja. Proceeding as planned, Captain. Jo. When the screen goes down, security will be alerted to your presence. So. You only have a few minutes to load the explosives. So I hope you can run faster than me. Glaube ich nicht. Okay. Down to the last wire, Captain. Get set. Großartig gespielt. Großartig gespielt. Ich werde es hier rausziehen, Captain. Ich werde es jetzt rausziehen. Jetzt rausziehen. Oh. Okay. Das war jetzt... Du bist jetzt tot, glaube ich, oder? Ja? Ja. Okay. Praktischerweise ist hier gleich so... Ja, ja. Genau. So. So. Das sieht ja hier unangenehm aus. Da haben wir schon mal so ein Lichtding. So. Das wäre schon mal weg. Äh. Ich hasse das. Äh. Nehmen wir nicht. Ah. Ja, ja. Die. Du mich auch. Die Karte bringt uns die. Aha. Oh. Das ist ja blöd. So. Na, Kamera. Geh weg. So. Äh. Mit geht. Nehmen wir gerne mit. Gut. Ist das ein Computer oder ist das nur ein Monitor? Das ist ein Computer. Security Cartel. Laserfield. Deactivated. Sehr nett. Okay. Ja. Da würde ich sagen, ähm. Werden wir hier mal, äh. Speichern. Äh. Wo sind wir denn? Vier, glaube ich, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Tschüss.